willkommen zu close the deal 2023 war ein sehr bewegtes jahr vor allen dingen auf der zins- und auf der finanzierungsseite welche auswirkungen das auf den m&a markt gehabt hat und wie sich 2024 hoffentlich entwickelt das habe ich in der aktuellen folge mit thorsten weber von hulien loki diskutiert viel spaß beim zuhören herzlich willkommen zur 39 episode von close the deal wie ihr wisst spreche ich jeden freitag mit persönlichkeiten aus dem m&a und finance cosmos und wir diskutieren das aktuelle markt geschehen trends und wege um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen ja und auf was für ein jahr blicken wir zurück die zahl der neufinanzierungen in 2023 war extrem gering liegt der m&a markt ende des jahres also total am boden begonnen hat das jahr 2023 eigentlich noch ganz gut die prognosen waren verhalten optimistisch was finanzierungen und den den markt anging doch dann kam dem ersten alles ging steil bergab die zinsen stiegen stark an und es hatte eine nicht unerhebliche auswirkung auf dem finanzierungsmarkt die aussage ob nun alles steil bergab geht ist vielleicht etwas zu pauschal und vor allen dingen viel zu schwarz gemalt aber man liest sie doch immer häufiger in den einschlägigen medien genau deswegen habe ich mir heute einen echten experten geholt und zwar torsten weber md bei holien loki und einen den der ausgewiesenen finanzexperten im deutschsprachigen m&a und debt markt wir haben vor gut einem jahr schon mal gesprochen und nun wollen wir gemeinsam ein update machen und diskutieren wie lief das finanzierungsjahr 2023 für finanzierer und für welche branchen lief es besser und für welche lief es etwas schlechter und natürlich wollen wir auch gemeinsam den ausblick wagen und eine prognose abgeben was uns im m&a jahr 2024 erwartet also wir haben einiges vor herzlich willkommen zu close the deal lieber torsten hallo kai vielen dank dass ich dabei sein darf ja ich freue mich sehr dass du mit dabei bist und zwar wieder mit dabei bist vielleicht sollten wir das mal zu einer regelmäßigkeit werden lassen bevor wir loslegen wir haben viel zu besprechen noch ein zwei hinweise an die podcast hörer ihr wisst dass ich freue mich über sehr über eine fünf sterne bewertung im podcast player eurer wahl was mich noch viel viel mehr freut ist wenn wir alle gemeinsam die reichweite von diesem kleinen podcast ein bisschen steigern können und wir den podcast an all diejenigen leute weiterempfehlt die das thema interessant finden könnten die im m&a markt aktiv sind die heute vielleicht auch beim thema finanzierung offene fragestellungen haben ich bin sicher torsten mit alle fragen beantworten und insofern würde ich auch sagen torsten lass uns loslegen beim letzten mal als du bei uns zu gast war sind wir direkt tief ins thema eingestiegen und heute würde ich aber ganz gerne einmal noch die gemeinsame chance nutzen erst mal einen kurzen blick auf dich und auf deine vita zu werfen und bei dir ging es los bei der helaba wie kam es dazu und was hat dich gereizt auf die landesbank seite zu gehen das ist wie du schon sagst eine ganze ganze zeit her mittlerweile 22 jahre das war genau im november 2001 das spannende war damals dass die helaba sich überlegt hatte in den bereich aktien emissionsgeschäft neu einzusteigen und ich war damals 23 24 jahre alt nach dem studium habe dann direkt eine herausforderung gesucht und habe den bereich als extrem spannend erachtet was auch nach wie vor meine meinung ist man muss nur sagen 2001 wenn man zurückguckt das war mit sicherheit nicht die allerbeste zeit des damaligen neuen marktes und dementsprechend hat sich auch das thema neuemission ab dann in in leider nicht die ganz gehoffte hoffte richtung bewegt ich bin dann später in der helaba in verschiedenen bereichen gewesen unter anderem einem bereich der auch eine sehr sehr enge anbindung hatte zum thema sparkassen und auch dienstleistungen die sparkassen begeben und später war ich auch im corporate finance bereich aktiv wo es speziell das thema kreditanalyse und cashflow analyse ging und das waren dementsprechend bereiche die in den jungen jahren sehr sehr interessant waren sehr geholfen haben auch vielleicht die andere seite mit blick auf banking einfach besser zu verstehen und dementsprechend auch prozesse einfach besser einschätzen zu können es ist ganz spannend wo du die jahreszahl sagst ich erinnere mich an die episode zurück die ich mit der matthias weidner gemeinsam hatte das war glaube ich die podcast folge nummer 30 und wo wir auch über die die frühen anfänge vom m&a markt in deutschland gesprochen haben ich glaube bei ihm waren es noch mal drei vier jahre früher als an der zeit bei bei ime damals losgingen und insofern dann natürlich auch bei dir eine sehr sehr spannende zeit gab es damals zu dem zeitpunkt schon ein finanzierungsgeschäft in der form wie wir das heute kennen oder waren das die ganz frühen pionierjahre in diesem markt also ausgeprägt wie es zur zeit ist und wie sie auch entwickelt hatten in den letzten jahren so war es nicht und es gab auch diese diese ganze fülle an finanzierungsanbietern auf der midcap seite so nicht es gab großbanken die finanzierung bereitgestellt haben deadfonds kam auch erst viel viel später von daher es war schon durchaus ein anderer markt der auch dementsprechend in deutschland den kinderschuhen war aber es gab auch nichtsdestotrotz natürlich viele große transaktionen es gab andere finanzierungsparteien die im heutigen markt und so auch nicht mehr vertreten sind in deutschland wie zum beispiel auch eine royal bank of scotland die die damals zum beispiel noch eine der wesentlichen banken war und dementsprechend ist es schon so dass das in in grundzügen der markt anders war allerdings auch vieles vom alten geblieben ist ich glaube auch viele parteien die damals aktiv waren sind weiterhin aktiv nur dass halt mittlerweile alle parteien und dementsprechend auch das gesamte markt geschehen einfach 22 jahre älter ist ja unwahrscheinlich ein paar neue player dazugekommen sind ganz klar das pyramide wieder etwas wieder etwas durchmischt aber dazu kommen wir dann gleich welchen neuen player es im markt gibt und wie auch der markt sich entwickelt hat lasst uns kurz noch bei deiner bieter bleiben von der helaba ging es dann zu dc advisory beziehungsweise davor quasi der schritt zu close brothers die dann ebenso dc advisory wurden das war ein ziemlicher kulturschock oder von der landesbank dann zu close brothers es war auf jeden fall eine andere organisation also close brothers war damals eine einheit ich vermute mal wir waren ungefähr so 250 300 professionals irgendwo in europa das war ein sehr sehr fokussiertes und spezialisiertes corporate finance investment banking house von der helaba kommend ich glaube themen die gleich waren war so ein thema wie teamwork und dass man da auch im tagesgeschäft einfach gut harmonieren und zusammenarbeiten muss was aber halt doch anders war das war das arbeiten unter close brothers dann sehr sehr viel stärker deal getrieben war und dementsprechend ein anderes arbeitsumfeld was aber auch mit blick auf die tätigkeiten einfach komplett anders war in der helaba zeit da sind ganz normale bankdienstleistung einfach im vordergrund gestanden das war sehr stark auf dem finanzierungsgeschäft fokussiert sehr stark auch auf auf dienstleistung zum beispiel im auslandsgeschäft und sonstiges bei close brothers ging es dann eher in die richtung dass wir wirklich rein auf der beraterseite aktiv waren was mit blick dann auf dat advisory dann auch wirklich was komplett neues war und dementsprechend waren wir auch irgendwo close brothers halte ich mit so zwei drei anderen marktteilnehmern irgendwo die pioniere die das thema finanzierungsberatung irgendwie hochgehalten haben wie kam es damals zu den wechseln jetzt muss man sagen dass das war damals war ich irgendwo 27 28 und hatte dann schon die idee in richtung investment banking zu gehen auch die idee halt stärker auf die die m&a transaktions seite zu gehen ich fand damals so das angebot extrem interessant auf die die finanzierungsberatung seite zu gehen aus zwei drei gründen auf der einen seite das war so komplett wirklich ein neuer geschäftsbereich in dem auch noch sonst kaum jemand aktiver und auch wenn man damals so ein bisschen gelesen hat in in medien und rausbekommen wollte wie wie der markt funktioniert und und wer da die player sind es gab damals einfach kaum grundlage das ist völlig anders als jetzt wo man irgendwo sagen kann es gibt irgendwo zehn zwölf berater die aktiv sind das war einfach noch komplett in den kinderschuhen dementsprechend waren auch die fragen von marktteilnehmern wenn man das erste mal über das thema finanzierungsberatung gesprochen hat völlig andere wie im heutigen markt damals war dann wirklich auch von banken häufig die frage was eigentlich ein finanzierungsberater macht in solchen prozessen wo eigentlich der edit value liegt ich glaube auch jetzt 20 jahre später ich glaube wird die frage seltener gestellt und dementsprechend ist auch der einsatz von beratern sehr viel üblicher aber damals war es einfach ein komplett neuer geschäftsbereich der sich irgendwo entwickelt hat das war auch fairerweise damals ein gewisses risiko ob das ein wirklichen markt ist der so einschlägt auch in kontinentale europa nachdem es vorher in uk schon durchaus aktiv und und erfolgreich praktiziert wurde und das war dementsprechende mischung aus neugierde und auf der anderen seite aber auch dem interesse das umzusetzen auf der anderen seite was man vorher so vier fünf jahre eigentlich auf der bankseite kennengelernt hat und praktiziert hat und das waren ja noch was gesagt die die wilden zeiten ich glaube dass das muss so 26 gewesen sein als du gewechselt bist wenn ich richtig in erinnerung habe aus dem vorgespräch so und 26 27 bis dann zur pleite von von lieben da habe ich noch in erinnerung dass damals die finanzierungsstrukturen schon relativ aggressiv waren im vergleich zu dem was wir dann kurz danach gesehen haben es ging dann eine zeit lang mal wieder in die richtung aber das waren ja durchaus teilweise rein entfällige strukturen mit einem extrem hohen leverage strukturen die man vermutlich seitdem nicht mehr gesehen hat oder das war so also teilweise ist auch wenn ich jetzt aktuelle strukturen ansehen mit blick auf den leverages schon wieder dass es sehr sehr attraktiv wird oder immer noch attraktiv ist und auch 2021 2020 schon auch wieder eine größenordnung gegangen ist die recht vergleichbar mit blick auf die leverage levels waren wie es damals war ich glaube ein großer unterschied war das thema eigenkapitalquote die doch vor 15 jahren einfach deutlich geringer war und es war wirklich ein markt wo es auch weniger marktteilnehmer gab und es war auch ein markt in dem das thema senior finanzierung über banken wichtig war wo man aber auch noch keine juni tranche gekannt hat sondern vielmehr einiges auf der seite mit senior und mezzanin finanziert wurde was natürlich dann jahre später als dann die finanzkrise gekommen ist und auch viele strukturen ins wackeln gekommen ist dann eine gewisse komplexität dargestellt hat weil man mit blick jetzt auf eine senior messstruktur nicht nur als jetzt eigentümer von unternehmen mit einem finanzierer hat verhandeln müssen sondern auch einen zweiten finanzierer mit der der messpartei am tisch hatte die im zweifel auch völlig andere interessen hatte als jetzt das bankkonsortium und das waren diskussionen die man damals auch so vielleicht noch nicht abgesehen hat und die aber auch dann mittelfristig irgendwo eine leere waren in richtung der juni tranche finanzierung die dann absolut 2012 13 14 in markt gekommen sind ja ich glaube da mussten einige sowohl einige banken aber auch viele investoren lernen 2008 2009 das eben nicht doch nicht jede finanzierung mit 80 90 prozent debt noch finanziert werden kann weil es eben nicht immer nur alles nach oben gibt und ich erinnere mich an einige gute gesunde unternehmen die dann einfach in die insolvenz gerutscht sind weil die schuldenlast einfach zu hoch war und daraus hat der markt in der tat gelernt das war natürlich ein lern effekt damals für für alle marktteilnehmer wie war eure rolle damals als dead advisor natürlich wenn man es mal gemein sagt und ich formuliere es mal sehr sehr spitz war er auch ein stück weit dafür verantwortlich dass vielleicht sehr sehr ambitionierte oder aggressive finanzierungsstrukturen mit aufgebaut wurden die dann den unternehmen irgendwann um die ohren geflogen sind war ihr dann boomer nachträglich oder haben die banken die 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 finanzielle die investoren dann schon als prinzipale auch die verantwortung sehr stark bei sich gesehen also ich glaube der anteil der finanzierung die damals in schwierigkeiten gerutscht sind wo wirklich ein berater involviert war ich glaube der anteil war wirklich total beschaubar gegeben jetzt dass der markt sich ja wirklich erst aus den kinderschuhen heraus entwickelt hat und klar es gab dann involvierung von beratern aber wenn ich jetzt überlegen würde von der transaktion mit vielleicht zehn relevanten parteien hatten vielleicht ein zwei berater von daher also ganz klar man hat auch als berater dementsprechende gewisse ja verantwortung involvierung bei einer transaktion die gelevert wird gar keine frage das ist zwar alles im kundenwunsch aber ist trotzdem halt auch ein thema von angeboten nachfrage aber ich glaube die involvierung war deutlich mit blick jetzt auf die die den anteil der finanzierung die mit beratern gemacht wurden deutlich deutlich geringer das war nur damals dann auch eine spannende zeit wo man anfänglich 2005 2006 auf der der neufinanzierung seite aktiver und dann irgendwann in der folge 2008 2009 2010 dann doch viel stärker einfach genau in den strukturen auch mit unterwegs war die du gerade beschrieben hast und das war dann schon so eine zeit wo man als intermediär auf allen seiten irgendwo auch eine rolle spielen konnte gegeben jetzt dass die bank konsortien schon teilweise etwas größer wurden und andererseits aber auch auf der investoren seite und eigentümer seite jemand gebraucht wurde der einfach die interessen vertritt interessen diskutiert aber auch dann mit der gegenseite dann dann verhandelt und das war so eine rolle die die hatten wir eingenommen und das war auch einer der teile wenn man so ein bisschen rückblick die letzten 15 16 17 jahre so im geschäft ich meine das ging los genau wie gesagt haben 2006 2005 2007 mit doch sehr sehr aggressiven strukturen mit einer minimierung von von eigenkapital und dann kam halt genau diese zeit wo dann halt doch starker das thema restrukturierung dann im mittelpunkt stand und dann später ging der markt dann wieder jetzt über zehn jahre eigentlich in der richtung die sehr sehr positiv war bis dann in den letzten ein zwei jahren ereignisse gekommen sind die markt doch ein bisschen durcheinander gewirbelt haben ja kommt die nächste zäsur man muss feststellen dass ein null zins umfeld vielleicht doch nicht der normalfall ist lass uns kurz deine deine vita einmal noch 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 rund machen und dann über den markt sprechen von dc advisory ging es dann weiter zu gca die dann ja von von holly und loki vor glaube ich gut zwei jahren muss es gewesen sein übernommen wurden wie hat sich deine rolle in diesem zeitraum verändert genau der zeit bei gca wenn ich dann zum zum md ernannt worden und das war auch dann die rolle und das war auch dann die position in der ich dann bei holly und loki dann weiter im finanzierungs beratungsbereich gearbeitet habe wenn man so ein bisschen vergleicht die zeit bei gca früher da hatten wir in frankfurt ein sehr starkes team was auch mit blick auf die personenanzahl ein tick größer war als das team was wir in london hatten das ist bei holly jetzt anders wir haben sowohl in london als auch in frankfurt jeweils sehr große sehr starke und personell auch sehr umfangreiche teams sitzen die in unterschiedlichen situationen aktiv sind von daher bin ich bin und war ich dementsprechend als md auf der der finanzierungsberatung seite aktiv einziger unterschied also ein bisschen wir haben jetzt in der hudien welt die dass das team und das set wie wenig geändert und zwar haben wir hier in frankfurt zwei teams mittlerweile ein team was sich komplett auf corporate finanzierung fokussiert und konzentriert und ein team was sich ausschließlich auf das thema sponsor finance fokussiert sponsor finance meint transaktionen finanzierungen die von finanzinvestoren gemacht werden und dementsprechend durch diese fokussierung und das team was sich für sponsor finance fokussiert das leite ich selbst hat sich die die tätigkeit etwas verändert mit blick jetzt auf die fokussierung blick auf die kunden aber so vom tagesgeschäft her ist es weiterhin aus meiner sicht unverändert und haben wir auch dementsprechend die genau gleichen engen kontakte zu unseren kunden und den finanzierungs parteien wie früher okay eine frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen wir sprechen hier jede woche über m&a deals aus allen verschiedenen perspektiven heraus gibt es besonderheiten wenn eine investmentbank eine andere investmentbank übernimmt also wenn m&a profis sich gegenseitig kaufen gibt es da besonderheiten über die du vielleicht schmunzeln musstest während des prozesses also ich glaube im endeffekt das a und o ist glaube ich dass man viel mehr spricht dass man die neuen kollegen kennen lernt dass die neuen kollegen ein auch selbst kennenlernen dass man so ein bisschen auch ein besseres gespür dafür kriegt wohin der fokus von von einer neuen einheit gehen soll und dass man dementsprechend auch so ein bisschen festlegt was so die die themen sind die ein zukünftig beschäftigen ich glaube das hat bei uns wirklich sehr sehr gut geklappt auf der der finanzierungsseite sind die letzten zwei jahre sehr erfolgreich gelaufen ich glaube wir haben auf der einen seite als stärke behalten dass wir einfach ein eingeschworenes team sind das sehr aktiv am markt unterwegs ist hohen marktanteil hat und auf der anderen seite halt auch diese ganzen stärken mitgenommen die neue einheit mit sich bringt und stärke ist halt auf der einen seite dass wir doch auf der m&a seite mit einem sehr sehr großen team sehr fokussiert unterwegs sind mit vielen sektor m&a experten die wir auf transaktionen auch mit involvieren können und halt dementsprechend dem starken footprint in den großen volkswirtschaften wo auch dementsprechend die themen auch begleiten können was sind bei bei euch die 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 mindest größen der transaktionen die ihr begleitet sei es auf der m&a seite oder auch eben auf der debt seite auf der m&a seite ist ein tick größer ich glaube da traue ich mir nicht zu ich sagte eine größten nummer oder eine hausnummer zu sagen ich glaube das auch sehr sehr daran orientiert wie das potenzielle viel volumen ist dass das im raum steht da geht es weniger um transaktionsgrößen aber auf der finanzierungs seite jetzt mit blick auf dat advisory da sind wir komplett flexibel und das ist glaube ich einer unserer großen stärken so aus dem markt aus den letzten jahren wir gucken einfach wo wir am meisten mehrwert bringen können und wir sind auch aktiv auf wirklich kleinen transaktionen was auch teil unserer dna ist also wir wir arbeiten extrem gerne mit regionalen parteien wir arbeiten gerne mit sparkassen wir arbeiten gerne mit debt fonds die auch im small und mid cap bereich aktiv sind und ich glaube speziell in dem bereich kann man auch wirklich sehr sehr viel added value schaffen weil es halt mit blick auf den prozess doch eher das gleiche ist was man auch macht bei größeren transaktionen weil einfach die anzahl der player einfach limitierter ist und da das thema relationship einfach viel viel wichtiger ist aber von daher wir legen da auch wirklich bei bei transaktionen los wo es um ebta volumen geht ein zwei drei millionen das ist für uns so überhaupt kein problem es muss aber einfach der prozess dann sich lohnen für alle parteien ja 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 also gerade wenn du sagst ab einer million startet ihr schon vermutlich als absolute untergrenze aber das ist ja genau das segment wo es doch sehr knifflig ist heutzutage passende finanzierungen zu bekommen wo sehr viele parteien auch im markt aktiv sind die vielleicht nicht das allerhöchste finanzierungs know how haben uns mal folglich auszudrücken gar nicht mal unbedingt auf der käuferseite sondern vor allen dingen auch der finanzierer seite wo lbo geschäft einfach nicht zum standard repertoire gehört und da bringt in der tat einen sehr großen mehrwert wie sah denn das jahr 2023 für euch aus ihr veröffentlicht ja sehr sehr regelmäßig eure mit cap monitor der jetzt auch ungefähr jetzt bald mal wieder rauskommen sollte vielleicht gerade rausgekommen ist und ich erinnere mich als wir im januar gesprochen haben da warst du doch nur auch vorsichtig optimistisch für das jahr 2023 dann gab es viele zinserhöhungen und wie ist es denn ausgelaufen jetzt geht es ging es leicht bergauf haben wir ein plateau erreicht wie fühlt sich an im markt ab wenn man aufs jahr 2022 zurückblickt und vielleicht erst mal kurz der blick zurück und dann auf jahr 2023 wenn man aufs jahr 2022 guckt ich glaube dann sind wir doch von der situation gestanden dass die erste jahreshälfte 2022 unglaublich aktiver und dann mit blick auf all die themen die kommen sind ukraine krieg zinserhöhungen inflations anstieg und so weiter doch in der zweiten jahreshälfte ein deutlicher rückgang mit blick auf transaktionen verzeichnet wurde und auch mit blick auf auf neue finanzierung und dementsprechend ist man auch genau mit so einem gefühl eigentlich ins neue jahr gestartet ich glaube die die grundlegende sicht auf 2023 war so dass man gesagt hat es wird ein jahr was wahrscheinlich in der zweiten jahreshälfte irgendwo ins positive entwickeln wird was aber anfangs gegeben jetzt auch die allgemeinen themen noch ein bisschen schwierig sein kann ein punkt der geholfen hat zu jahresbeginn das war das thema dass alle parteien irgendwo mit blick auf ihre budgets auf null gesetzt wurden auch die finanzierungs parteien die halt in 2022 im ersten halbjahr doch sehr sehr aktiv waren die waren auf einmal per 2023 doch wieder stärker auch in der pflicht selbstfinanzierung zu begeben jetzt begibt man logischerweise nicht auf biegen und brechen finanzierung und guckt schon nach der richtigen transaktion allerdings hat man zu jahresbeginn schon deutlich gemerkt dass der appetit auf neue finanzierung stärker ist noch als in 2022 was ich aber gezeigt hat so ab so märz april das war dann doch das so ein bisschen der der nachschub an neuen transaktionen speziell auf der m&a seite doch eher dünn war das ganze lässt sich aber auch relativ gut erklären wenn ich im märz april mai eine transaktion starten möchte dann brauche ich einfach die vorbereitung und die vorbereitung die muss idealerweise in 2022 schon gewesen sein und gegeben jetzt wie die marktentwicklung der zweiten jahreshefte 2022 war gehe ich doch davon aus dass sehr viele parteien eher zurückhaltend waren mit blick auf das initiieren von neuen m&a transaktionen von daher der deal den man in der ersten jahreshefte 2023 nicht gesehen hat ist natürlich auch dadurch verursacht dass er in der zweiten jahreshefte 2022 einfach nicht an start gebracht wurde was wir jetzt so ab der sommerzeit 2023 sehen ist der markt ist dass der markt doch deutlich aktiver geworden ist wir deutlich mehr transaktionen sehen auch dass der deal flow auf der der seite mit blick auf wirklich neufinanzierung deutlich eingestiegen ist von daher bin ich jetzt mit blick auf das gesamte jahr gar nicht mal so skeptisch ich glaube was man sehen muss ist wir bewegen uns in deutschland in einem mit cap finanzierungsmarkt der irgendwo so rund um die 100 deals zeigt über die ganzen jahre hinweg und es gab jetzt zwei jahre wo die zahl der transaktion eher über 150 gegangen ist das ist 21 und 22 ansonsten waren wir immer so bei 100 transaktionen und wenn jetzt dieses jahr einigermaßen normal rausläuft dann kommen wir irgendwo auf das gesamtjahr gesehen vielleicht auf 120 130 transaktionen was rückblickend irgendwie der drittbeste wert ever ist für deutschland was aber logischerweise auch verglichen mit 2022 weniger ist aber auch aus guten gründen und einer der gründe ist halt einfach dass der deal flow in der ersten jahreshälfte einfach geringer war als in den vorher und dass sich natürlich in den letzten jahren einfach eine erwartungshaltung aufgebaut hat und die realität uns ein bisschen einholt was ein nachhaltiges niveau ist ich habe viele rückfragen dazu wie du dir vorstellen kannst lass das mal gemeinsam ein bisschen aufarbeiten aber bevor wir das machen habe ich noch man könnte es auch als rückfrage bezeichnen und zwar die frage total glück gesagt wie wird immer gezählt also du sprichst von 100 deals pro jahr in normaljahren dieses jahr 120 130 in den top jahren 150 welche transaktionen werden damit reingezählt ich muss so offen und so plump fragen weil natürlich sind ja tausendfach mehr transaktionen im markt die auch teilweise mit einer akquisitionsfinanzierung durchgeführt werden warum werden die dann nicht als lbo deal gezählt weil sie unterm radar sind oder weil sie nicht über eine große frankfurter lbo bank gehen oder welche deals werden damit reingezählt wo ist die abgrenzung genau das ist ein guter punkt das ist auch eine häufige rückfrage die wir auch gestellt bekommen auch von da bin ich berühmt das ist so ein punkt der für viele auch wirklich wichtig ist weil speziell wenn man dann auch mit sparkassen zum beispiel spricht die dann eher kleinere transaktionen machen dann ist häufig die frage ja sag mal könnt ihr den deal eigentlich aufnehmen und wir haben so zwei drei kriterien die wirklich wichtig sind also auf der einen seite es geht bei uns um ein neufinanzierungsvolumen in der größenordnung von 20 bis 500 millionen jetzt kann man immer die frage stellen und die bekommen wir auch gestellt warum eigentlich 20 warum nicht 15 warum nicht 10 das mit den 20 millionen der hintergrund ist relativ einfach erklärt wir gehen davon aus dass so 20 millionen doch so eine größenordnung ist wo man eher von einer konsozialfinanzierung spricht ein neufinanzierungsvolumen und eher von einem deal der doch in einem marktumfeld gemacht wird wo mehrere finanzierungsparteien einfach den deal gesehen haben von daher haben wir auch eine stärkere coverage für den markt und auf der anderen seite die 500 millionen nach oben die könnte man logischerweise auch höher setzen aber irgendwo gibt es für uns dann doch den den mit market wieder wo man halt dann irgendwo loslegt bei so 20 25 millionen finanzierungsvolumen was so bei einem vierer oder fünfer multiple bedeutet dass man so ungefähr so bei 5 millionen ebda loslegt und bei den großen deals die ja zurzeit eh etwas geringer sind da ist es schon okay wenn wir irgendwo bei 500 millionen die grenze haben und dementsprechend da teilweise themen mit rein zählen aber dann wirklich auch large cap transaktionen und themen die über einen bond abgewickelt werden und wo es dann bridge to bond und sowas gibt oder gab dann dementsprechend nicht mit reingehen und ein zweites kriterium was wichtig ist ist dass es irgendwo auch einen finanzinvestor auf der gegenseite gibt das ist halt für uns auch wichtig mit blick auf das was wir machen dass wir da jetzt nicht jetzt die corporate transaktionen mitzählen wo es ja auch teilweise dann wieder schwierig einzuschätzen ist teilweise bleibt dann altes finanzierungsvolumen stehen teilweise etwas neues draufgepackt und dementsprechend haben wir damit eigentlich eine relativ klare abtrennung vom markt her einmal der pe hintergrund auf der anderen seite das transaktions beziehungsweise finanzierungsvolumen neufinanzierungsvolumen so dass wir den markt schon relativ gut zeigen und auch das thema liquidität was in den markt kommt relativ genau auch zeigen können vielen dank für die einordnung verstehe nachvollziehbar heißt aber auch dass viele von den transaktionen an denen ihr selbst arbeitet da gar nicht mit reingezählt werden einfach weil sie ein Stück drunter sind oder weil ihr vielleicht doch einen Strategen auf der Käuferseite vertretet und eben keinen keinen PE aber trotzdem also verstanden ich glaube Bastian Frieden hatte mal irgendwann den Wunsch wir bräuchten doch mal einen Smallcat Monitor und den Wunsch teile ich also wäre cool wenn es das mal geben würde aber ja das macht Sinn 2023 habe ich verstanden du bist weiterhin optimistisch das freut mich sehr weil die zweite Jahreshälfte gut war und auch 2024 wird es ja so sein dass die Banken wieder bei null anfangen müssen ihre Bücher voll zu machen also auch da geht es hoffentlich dann positiv wieder los in 2023 gab es besondere Branchen und Sektoren die als Gewinner als Verlierer besonders herausgetreten sind tun wir uns da mal ab also es gab auf jeden Fall einen Sektor der der extrem beliebbar bei Finanzierern das ist wie auch in den Vorjahren der der Sektor IT also alles was mit Software zu tun hat ist einfach per se mit Blick auf die Wahrnehmung der Finanzierungsparteien schon mal in einem sehr sehr positiven Umwelt zu sehen wenn man dem gegenüber vergleicht woher liegt das Entschuldige warum lieben das die Finanzierer so sehr der Sektor ist durch verschiedene Themen geprägt also ich glaube historisch einfach ein sehr stabiles Wachstum eine sehr stabile Nachfrage eine weniger jetzt starke Betroffenheit von Rezessions und sonstigen Themen dann auch dass der Sektor generell mit Blick auf Cashflows sehr sehr attraktiv ist und dass er auch Firmen sind die mit Blick auf den Marktwert und Bewertung am Markt auch eine gewisse Werthaltigkeit zeigen ich glaube das sind so ein paar Punkte die aus Finanzierersicht auch speziell aus Debtfonds Sicht halt sehr sehr attraktiv sind plus auch dass es in dem Sektor einfach auch sehr sehr viele Plattformdeals gab also Transaktionen wo man eine Entity gekauft hat und dann einfach durch beiden Bild deutlich stärker gewachsen ist und das ist natürlich so ein Umfeld was Finanzierungsparteien mögen auch dadurch dass halt die Bewertungs-Multiples so hoch sind wie sie jetzt aktuell zu sehen sind und auch in der Vergangenheit waren hat man halt eine gewisse Stabilität auch in den Cashflows gesehen plus halt auch und das ist auch Teil der Wahrheit wenn ich mir das Trading von vielen Softwarefirmen ansehe in den letzten Monaten und Jahren dann haben wir doch eine gewisse Stabilität die wir halt in vielen anderen Branchen so jetzt halt einfach nicht gesehen haben Ja und vor allen Dingen genau häufig sehr gut planbare und wiederkehrende Cashflows auf der Finanzierungsseite gab es da Finanzierer die besonders aktiv waren oder sorry wir sind ich hatte dich gerade unterbrochen mit der Rückfrage zu den zu den Branchen du wolltest die gerade ansetzen welche die Verlierer sind so schnell lasse ich dich aus der Frage nicht raus gab es da also vermutlich neben den Klassikern im Bereich Automotive und energieintensiven Branchen gab es da besondere Verlierer Jetzt habe ich schon gedacht ich kann mich relativ geschickt aus der Affäre stellen und könnte einfach den zweiten Teil der Frage mal ganz gediegen übergehen also es ist sind die Sektoren die du gesagt hast also Automotive ist weiterhin einfach schwierig zu finanzieren gegeben jetzt auch die Zukunftsaussichten auf der anderen Seite ist auch das Thema sind auch Branchen mit einem gewissen Konsumbezug sind einfach schwieriger zu finanzieren als in der Vergangenheit gegeben jetzt dass man doch das Thema Inflation irgendwo mal da hat auch in Verbindung mit einer gewissen Rezessionsangst dass man da schon befürchtet dass es da relativ kritisch werden könnte mit Blick auf manche Bereiche die im Konsumbereich sind jetzt muss man sagen das ist alles jetzt nicht in Stein gemeißelt und es gibt logischerweise in jedem Segment gibt es gewisse Nischen die sehr attraktiv sind aber so per se ist es schon so dass die Sektoren einfach schwieriger zu finanzieren waren und dementsprechend auch die Prozesse da aufwendiger sind und man da einfach mehr Zeit und Arbeit investieren muss Jetzt die Frage zu den Finanzierern gibt es da besonders Aktive und andere die den Kopf eingezogen haben und dieses Jahr nicht so aktiv waren Also ich glaube weniger jetzt irgendwie an Namen festgemacht ich glaube da sind es die üblich Verdächtigen also wer zum Beispiel dieses Jahr sehr aktiv war das war zum Beispiel Argument bislang das ist Pamperton die sehr aktiv waren Blackrock Haven Bearings das sind so die die üblich verdächtigen Namen die eine ganze Anzahl von Deals finanziert haben so auf die letzten zwölf Monate und wo wir auf der Debtfonds Seite eine gewisse Aktivität sehen auf der Bankenseite war eine LBW sehr aktiv in den letzten zwölf Monaten hat sehr viele Transaktionen begleitet auch eine Commerzbank war aktiv eine OLB eine Credit Suisse eine NordLB das sind alles Parteien die waren auch in den Vorjahren aktiv und dementsprechend merken wir schon dass es da eine gewisse Stabilisierung gibt und auch die üblichen Parteien dann dementsprechend auch bei neuen Deals Parteien sind die man gerne anspricht es gibt aber auch neue Parteien die in den Markt gekommen sind wie zum Beispiel PickT wie zum Beispiel Fidelity die aktiv sind im Markt und von daher das ist glaube ich ein schönes Zusammenspiel von verschiedenen Parteien die da sind die dazugekommen sind und auch von Parteien die dementsprechend auch wie in Capital 4 auch eine gewisse Aktivitäten in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben die doch sehr interessant ist das waren glaube ich jetzt vor allen Dingen die Finanzierer bei den Deals ab 20 Millionen FK Volumen aufwärts wie schaut es bei den kleineren Deals aus also wenn ihr jetzt eine Finanzierung sucht für ein Target mit 5 Millionen Fremdkapital Volumen wer sind dadurch die großen Player die sehr aktiv sind also ich glaube eine Finanzierungsart die wir sehr mögen und wo wir auch wirklich sehr sehr gute Kontakte haben und ich habe es ja vorhin schon mal nebenbei so ein bisschen erwägt auch mit Blick auf meinen Werdegang so ein bisschen das sind Sparkassen Regionalbanken Volksbanken wo wir einfach merken dass die Parteien einen wirklich guten Job machen wo wir merken dass die Parteien auch wirklich gute Konditionen anbieten können und wo man auch merkt in Transaktionen dass vielleicht auch diese lokale Nähe auch zu unternehmen auch wirklich hilfreich ist ich würde es nicht sagen dass man M&A Fall gewinnt weil man einen richtigen Finanzierer in der Hand hat das ist mit Sicherheit übertrieben und das kann man auch nicht belegen aber ich glaube schon dass es in manchen Transaktionen speziell bei kleineren LBOs wo es eine Primary Situation gibt wo man sich als Investor irgendwo bewerben muss dass man das Unternehmen kaufen kann dass man da schon irgendwo Pluspunkte sammelt wenn man dementsprechend auch eine lokale Finanzierung mit in der Hand hat wo man dann dem Verkäufer doch ein gewisses Maß an Beständigkeit und Vertrautheit bieten kann und das ist was was wir total interessant finden was auch uns in Transaktionen geholfen hat plus auch dass die Parteien einfach wirklich professionell arbeiten und wir da auch einen sehr sehr guten Draht hin haben jetzt will ich jetzt auch nicht jetzt die nächste halbe Stunde nur Werbung machen für Sparkassen und Volksbanken wenn ich es auch darfst du sehr gerne wir sind ein großer Fan der Sparkassen das freut ehrlich gesagt und so also wir suchen die beste Lösung aber in vielen Situationen ist es einfach so dass sich die Parteien einfach gezeigt haben darüber hinaus gibt es aber logischerweise auch diverse andere Parteien die auch in dem Segment einfach gut aufgestellt sind das sind Raiffeisen Landesbanken aus Österreich teilweise das sind das sind auch Geschäftsbanken aus Deutschland die in dem Segment aktiv sind auch Landesbanken wie zum Beispiel auch eine NordLB die sehr engagiert ist sehr sehr bemüht ist in dem Bereich von daher ich glaube das gibt schon eine gewisse Anzahl an Parteien auf der Senior Seite die man da gut ansprechen kann und auf der anderen Seite gibt es auch diverse Debtfonds die jetzt nicht nur in dem Markt sind wo es irgendwie um Finanzierungsvolumen von 50 oder 100 Millionen aufwärts geht sondern auch genau in dem Segment wo man sagt es geht um 5 Millionen EBTA oder auch 3 Millionen EBTA und man kann die Parteien ansprechen ich glaube ein Unterschied zeigt sich noch so ein bisschen mit Blick auf den Sektor ich meine was wir auch schon gemacht haben und was vielleicht auch eine interessante Spielart ist auch bei kleineren Transaktionen das sind zum Beispiel ERA Finanzierung wo man als Maßstab für die Finanzierung nicht das EBTA nimmt sondern auf die Recurring Revenues abstellt speziell im Bereich der Softwareunternehmen zum Beispiel sehr beliebt und da gibt es auch eine ganze Reihe von Debtfonds die sich zum Beispiel solche Transaktionen auch gerne angucken und die da dann zum Beispiel auch sehr attraktive Leverage Niveaus drauflegen können aber dementsprechend ich glaube da muss man nicht bange sein was man aber sagen muss das wenn man die Dealgröße anguckt die du gerade gesagt hattest mit 4-5 Millionen EBTA da ist einfach die Anzahl der Finanzierungsparteien die man wirklich involvieren kann die ist einfach reduzierter und von daher ist es nochmal wichtiger dass man die Richtigen anspricht und auch keinen verliert Ja und bei den Sparkassen da wird es dann wahrscheinlich für euch die Krux sein geht ihr über die großen überregionalen Sparkassen die aber dann nicht zwangsläufig auch deutschlandweit finanzieren oder geht ihr über die lokalen Niederlassungen in der Fläche die dann die Nähe zum Kunden hat aber vielleicht gelinde gesagt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von LBO Transaktionen hat aber ich glaube häufig ist es ja ein Zusammenspiel dass dann die Sparkassen sich da auch untereinander unterstützen Genauso ist es also ich glaube wir hören auch immer von Investoren die irgendwo mal eine regionale Sparkasse gefunden haben die im Deal drin geblieben ist und die dann zu irrsinnigen Konditionen Deals weiterfinanziert hat das ist was was man logischerweise gut finden kann was auch attraktiv ist was aber vielleicht mit Blick auf ein LBO in manchen Facetten auch nicht ganz ideal ist also wenn ich zum Beispiel mal eine sehr sehr günstige Finanzierung habe von einem von einem lokalen Haus was jetzt nicht so stark Corporate Finance getrieben ist dann bekomme ich da häufig eine Festzinsfinanzierung eine Festzinsfinanzierung ist vielleicht in manchen Situationen ganz interessant hat aber doch das Problem wenn ich nach drei vier Jahren aussteigen möchte und die Finanzierungslaufzeit sieben, acht Jahre sechs, sieben Jahre sind dann habe ich schon das Thema dass ich einfach mit einer gewissen Vorfälligkeitsentschädigung erst aus der Finanzierung rauskomme auf der anderen Seite wenn ich dann so eine vielleicht nicht Tailor-Made Finanzierung übernehme habe ich das Problem dass auch bei einem Bild nicht einfach so so ganz wie sie möglich ist von daher sind wir eigentlich schon Freunde davon die überregionalen Sparkassen die sich einfach im Bereich Corporate Finance gut auskennen was zum Beispiel eine Sparkasse Rhein-Nahe ist was zum Beispiel eine Sparkasse Bremen ist was zum Beispiel eine Sparkasse Biberach ist um nun mal drei zu nennen wovon es mit Sicherheit aber auch eher acht, zehn, zwölf in Deutschland gibt dass man die Parteien anspricht mit den Parteien irgendwo auch guckt dass man auf einer Termsheet-Basis gut vorankommt um dann zu gucken wen bindet man wirklich lokal ein und ich glaube das sind die Strukturen die am meisten Spaß machen letztlich weil man damit auch die Möglichkeit hat dann wirklich auch gut zu wachsen und auch diese lokale Nähe herzustellen aber auch als Terms hat mit denen bei einem Bild möglich ist und das ist was was wir in dem letzten Jahr ich würde mal tippen auf mehr als zehn Transaktionen sehr erfolgreich praktiziert haben und was einen doch größeren Edit Value auch den Investoren bietet die vielleicht diesen engen Zugang den wir haben einfach so nicht haben Du hast gerade das Thema Revenue-Based Financing angesprochen was für mich gefühlt in den letzten vielleicht zwei drei Jahren sehr sehr stark aufgekommen ist und wo es sehr viele Anbieter gibt die eben vor allen Dingen auf Softwareunternehmen aber auch teilweise auf E-Commerce-Unternehmen abstellen daneben gibt es ja aber auch viele andere eher alternative Finanzierer die sich im Markt tummeln welche Relevanz haben die bei euren Transaktionen bindet ihr die mit ein oder versucht ihr den Weg über die traditionellen Banken zu gehen Also wir gehen schon klassischerweise über die traditionellen Banken in Verbindung mit den Debt-Fonds die in dem Markt aktiv sind es gibt Sondersituationen wo es auch Sinn macht weitere alternative Finanzierungsparteien einzubeziehen wenn es teilweise auf der Asset-Base-Seite was gibt oder mit Blick zum Beispiel auf ein Factoring oder ähnliches das Problem ist nur teilweise wenn wir unterwegs sind dann hat man in der Regel halt schon irgendwo eine Timeline die man einhalten muss und hat ein Transaktionsgeschäft wo es irgendwo darum geht dass man auf den Punkt hinten eine Finanzierung liefert und wir haben einfach oft die Erfahrung gemacht dass genau die Parteien über die wir gerade gesprochen haben sei es jetzt LBO-Banken Corporate Finance affine Sparkassen Debt-Fonds die sind einfach drauf geeicht dass man einen Prozess intern auch durchlaufen muss der eine gewisse Timeline folgt und das muss man früh abklären aber dann findet man auch die Parteien wenn ich jetzt doch eher in die Bereiche reingehe wo es auch teilweise um ein Sale Leaseback oder Sonstiges geht da sind einfach die Timelines einfach andere und das in einen normalen M&A-Prozess reinzubekommen ist einfach irrsinnig schwierig und das ist auch mit Blick auf all diese Themen die ich gesagt habe Bayern, Bild und Sonstiges vielleicht nicht so wirklich ratsam und auch mit Blick auf eine Ablösung später von daher gehen wir eigentlich schon den traditionellen Weg und versuchen den aber auch bestmöglich zu optimieren Im aktuellen Marktumfeld nehmen wir immer mehr wahr dass ein noch höherer Burnout-Anteil vereinbart wird um eine Brücke zu schlagen zwischen dem was der Verkäufer an Preis sich vorstellt und dem was der Käufer basieren auf den aktuellen Zahlen und auch dem was möglich ist zu finanzieren dann eben bereit ist zu zahlen Wie ist deine Sicht auf diese Earnouts und vor allen Dingen besonders im Hinblick auf die Einschätzung des Risikos auch aus der Bankenperspektive heraus also per se finden wir Earnout-Strukturen gut weil im Endeffekt es behält ja auch die Verkäufer irgendwo im Boot in der Verantwortung und dementsprechend ist der Kaufpreis noch mal attraktiver wenn dementsprechend auch die Performance in den nächsten Jahren eingehalten wird von daher ist per se ein Earnout ein Instrument was wir gut finden es muss aber halt dann auch dementsprechend in die Finanzierungsstruktur eingebaut werden bedeutet wenn ich jetzt wirklich den Earnout habe der zum Beispiel in zwei, drei, vier Jahren zum Tragen kommt dann muss ich mir eigentlich schon zu Beginn auch Gedanken machen wie ich den finanziert bekomme und da sind wir wieder beim Thema Strukturierung der Finanzierung und das auch den Leuten frühstmöglich zu kommunizieren und dementsprechend auch den Prozess mit den Parteien zu gehen heißt auch dass man zum Beispiel anfänglich nicht gezogene Finanzierungslinien bereithält die man gegebenenfalls scharf schalten lassen kann um dann dementsprechend Earnout mit zu finanzieren oder sei es auch dass man zum Beispiel eine Betriebsmitlinie im Verwendungszweck auch dafür öffnet dass man Earnout auch teilweise oder ganz auch mitfinanzieren kann das sind immer Verhandlungsfragen für den Prozess und für die Finanzierungsparteien wo man einfach gucken muss dass man es dementsprechend agreed bekommt aber das ist was was wir per se ganz gut finden es ist nur in den meisten Prozessen wirklich wichtig sowas frühzeitig auch dann in den Prozess einfließen zu lassen weil wenn man erstmal am Ende von der Verhandlung ist mit den Finanzierungsparteien und dann mit einem kreativen Earnout kommt den man am besten nochmal einfügt ist es halt meist auch für die Gespräche schwierig aber so per se ist es ein Instrument was in der jetzigen Zeit auch wirklich gut passt Ja Wie ist es mit den Eigenkapitalanforderungen sind die im Moment sind die sind die stark gestiegen wenn ja welche Auswirkungen hat das gibt es da Brücken die geschlagen werden können vielleicht über den dass immer wieder über den dass über den Verkäufer dann ein Entgegenkommen gewünscht ist wie nimmst du das wahr Also ich glaube da würde ich so ein bisschen unterscheiden mit Blick jetzt auf die Endmärkte und die Sektoren wo man aktiv ist Es gibt halt Sektoren da ist halt das Thema EK-Anforderungen so wirklich so gar kein Thema nicht in dem Sinne dass es nicht gefordert wird sondern dass es einfach nicht kritisch ist also wenn ich mir halt die Software-Deals ansehe oder Deals im IT-Bereich da sind die Multiples immer noch und weiterhin so hoch dass es halt dementsprechend auch mit einer Anforderung von 50% nicht kritisch wird Es gibt andere Sektoren wo logischerweise die Kaufpreise nicht so hoch sind wo es dann schon in die Richtung gehen kann wir merken schon dass es minimal angestiegen ist es ist aber nicht so dass ich sagen würde wir sind früher bei 40% gewesen und jetzt wirst du irgendwie bei 50% bis 60% es geht dann eher so um die Prozentsätze also früher war es und früher ist halt so 2020 und vorher dass wir halt schon irgendwo mit Debtfonds ein Minimumniveau gesehen hatten von 40% das ist vielleicht jetzt leicht angestiegen die Frage ist halt nur und da kommen wir auch so ein bisschen dazu welche Deals finanziert eigentlich wer dass die Deals wo es halt nicht die hohen EV-Multiple gibt und die vielleicht nicht so in den Sektoren sind die ganz im Fokus stehen dass da die Bereitschaft von Debtfonds eh reduziert ist von daher ist es dann eh fast schon wieder wurscht ob ich bei 40% oder 45% bin wenn es schwierig ist einen Partner zu finden der das ganze Thema begleitet aber von daher um die Frage kurz zu beantworten ja es ist minimal angestiegen in manchen Sektoren ist es auch dementsprechend nicht unwichtig das sind die Sektoren wo halt die Multiples auch jetzt nicht nicht so hoch sind wie es zum Beispiel jetzt in den Bereichen die ich vorhin gesagt habe die ein bisschen kritischer sind aber es gibt auch Sektoren da ist ein eine Eigenkapitalquote einfach völlig unheblich weil es mit Blick auf die EVs einfach nicht zum Tragen kommt gerade bei den kleineren Transaktionen werdet ihr vermutlich auch häufig über das Thema persönliche Haftung und Bürgschaften stolpern wir nehmen das aus unserer Perspektive heraus auch zunehmend als Dealbreaker wahr dass das seitens der Banken ganz klar gefordert wird vor allen Dingen wenn wir über MBI Transaktionen sprechen oder bei kleinen Finanzinvestoren die jetzt nicht aus einer Fondsstruktur heraus investieren wie ist da aktuell der Stand im Markt ich glaube das ist so ein bisschen die Frage die wir auch vorhin schon hatten mit Blick jetzt auf die Finanzierungsparteien also wenn wir jetzt halt mit den klassischen Corporate Finance affinen Banken Sparkassen Fonds sprechen da merken wir ehrlich gesagt wir hören schon mal in frühen Gesprächen dass es so eine Anforderung geben könnte nur ehrlich gesagt kriegen wir es glaube ich relativ gut auch dann wegdiskutiert weil es einfach so im üblichen Setup wenn ich jetzt auf der anderen Seite auch einen Finanzinvestor habe der irgendwo die Mehrheit erwirbt einfach nicht möglich ist und dementsprechend das ist schon ein Thema was bei wirklich kleinen Transaktionen und dann vielleicht auch mit Corporate Finance nicht so affinen Finanzierungsparteien schon mal diskutiert werden kann wenn wir uns halt auf unsere ich sag mal klassischen Parteien rüberziehen und fokussieren dann wissen die halt auch was genau möglich ist und was man halt auch dementsprechend machen kann aber ansonsten habe ich halt mit Blick jetzt auf Sponsor Finance und die Themen die wir begleiten in dem Bereich weniger Überschneidung ja naja und umso mehr ein gutes Argument bei der Finanzierungssuche Profis mit reinzunehmen je nachdem wie M&A aktiv man auf der Käuferseite ist und wie häufig man Transaktionen durchführt aber ich glaube da einen Profi an der Hand zu haben der den Finanzierungsmarkt und die Geflogenheiten und die Spielregeln und die relevanten Player besser einschätzen kann das ist das ist wahnsinnig wertvoll wir haben über den Neufinanzierungsmarkt gesprochen der in 2023 zurückgegangen ist aber in Summe wie ich es schon habe immer noch auf einem ordentlichen Niveau ist wo steht der Refinanzierungsmarkt derzeit die Anteil der Deals die refinanziert wurden jetzt in diesem Jahr die ist angestiegen was aber auch damit zusammenhängt dass einfach in den letzten Jahren wobei doch das Thema Covid sehr sehr stark diskutiert hatten ja viele Unternehmen gesagt haben wir warten jetzt erstmal ab wir machen erstmal gar nichts und gucken erstmal wie sich der ganze Markt entwickelt dann wird logischerweise immer so mal strategisch überlegt gehen wir jetzt eigentlich Richtung Exit oder wollen wir vielleicht doch eher nochmal in der jetzigen Struktur drin bleiben was man halt schon sagen muss wenn ich 2018 einen Deal gemacht habe zwischen 2020 und 2022 Covid bedingt erstmal gesagt habe naja ich bin jetzt vielleicht nicht in ganz richtigen Sektor um jetzt eine attraktive Finanzierung zu bekommen lass mal abwarten dann bist du einfach wenn du jetzt 2023 2024 guckst bist du einfach im Zeitraum wo du einfach an Richtung einer Neufinanzierung oder Refinanzierung denken solltest von daher merken wir schon dass es diverse Deals gab die mit Blick auf Laufzeiten jetzt einfach refinanziert werden mussten und dementsprechend ein gewisser Bedarf da war was wir auch sehen und speziell in Transaktionen die vielleicht aus den Sektoren kommen die attraktiv sind und wo man auch jetzt viel machen konnte ist dass man diese Aktivität Attraktivität der Sektoren dementsprechend nutzt um jetzt auch neue Finanzierungen einzuwerben mit denen man doch stärker bei ein Bild machen kann und ich glaube eine Zahl die sehr interessant ist oder ein Fakt ist die Stärke des Marktes für Add-ons und für bei ein Bild Situation und das hat sich auch so über die letzten Quartare immer stärker gezeigt früher war es so wir haben so das Thema Add-ons mit Blick auf die Finanzierungshäufigkeit so bei 10-15% gehabt mittlerweile ist der Anteil der Deals die dadurch resultieren dass ein Add-on finanziert wurde bei 40% und mehr das zeigt eine gewisse Reife des Marktes zeigt aber auch dass doch auch viele Finanzinvestoren jetzt in der aktuellen Marktlage vielleicht gar nicht mal so den Blick haben auf den nächsten neuen externen Deal zu machen sondern eher zu gucken ob man nicht für eine Portfoliofirma einen von Add-on machen kann was mit Blick auf Kaufpreis interessant sein kann was mit Blick dann auf das Thema Multiple Arbitrage interessant sein kann um sich da stärker zu etablieren und dann auch aufzustellen würde gerne noch einmal kurz auf die Rolle der Debtfonds eingehen du hattest im Vorgespräch erwähnt dass es da eine ganz spannende Entwicklung zuletzt gab magst du das nochmal auch in dieser Runde etwas ausführen klar gerne also wenn man sich die letzten Jahre ansieht mit Blick auf den Midcap Monitor ich meine eins war ja offensichtlich ab 2017 hat so ziemlich der Siegeszug der Debtfonds begonnen ich glaube zuvor war so der Marktanteil von Debtfonds in Deutschland irgendwo in der Größenordnung von 15 bis 20% und dann muss man sagen dann gab es einfach so ein, zwei Events die für Debtfonds in Deutschland einfach gut waren und die dementsprechend auch so ein bisschen vielleicht die Handbremse gelöst haben die vorher noch noch vorhanden war ich glaube ein ganz wichtiges Event war dass es doch eine gewisse Bereitschaft von Banken gab gemeinsam mit Debtfonds zu finanzieren und dadurch war das Thema wie bekomme ich eigentlich meine Betriebsmittellinie wo dann dann vom Tisch weil man dadurch einen Partner hatte der die auch stellen konnte und auf der anderen Seite wenn Banken dann auch auf der Finanzierungsseite in den Termlo mit reingegangen sind hat man auch dann mit Blick auf eine durchschnittliche Verzinsung einfach ein Niveau erreicht was attraktiv war und was dementsprechend auch dann für viele interessant war der Markt der hat sich seit 2017 extrem positiv entwickelt und speziell so in den Jahren 2020 2021 dann irgendwo auch fast ein Hoch erreicht oder jetzt ein zwischenzeitliches Hoch von knapp so über 60% der Deals die über Debtfonds finanziert wurden das waren häufig Situationen mit hohen Multiples das waren häufig auch Prozesse mit hohem Zeitdruck weil auch wir gemerkt haben wenn wir irgendwo in der finalen M&A Runde vier Wochen Zeit haben von den vier Wochen dreieinhalb Wochen für eine Tudentials drauf gehen und wir haben dann nochmal ungefähr eine halbe Woche Zeit dann wird einfach der Prozess für eine klassische Bank die in ihr Gremium gehen muss und ihren Antrag schreiben muss einfach extrem eng und wenn ich diese halbe Woche dann irgendwo nur zur Verfügung habe um eine Finanzierung zu bekommen dann gehen nicht viele Wege am Debtfonds vorbei dementsprechend ist die Anzahl der Deals die bei Debtfonds finanziert wurden so bis 2021 sehr stark gestiegen was wir also im letzten Jahr gemerkt haben so auch mit Blick auf diese doch aufkommenden Krisen sei es der Ukraine Krieg sei es diese Rezessions und sonstigen Themen ist dass der Markt doch deutlich binärer wurde und dass es eine sehr sehr viel stärkere Fokussierung von Finanzierungsparteien auf sehr attraktive Themen gab und aber auch eine sehr viel größere Bereitschaft gab Themen auch sehr früh abzusagen wo man als Finanzierungspartei nicht so die eigene Umsetzungswahrscheinlichkeit gesehen hat was wir da in 2022 zweite Jahreshälfte aber auch dieses Jahr gesehen haben ist dass speziell bei den Debtfonds eine doch deutlich stärkere Fokussierung eingekehrt ist und die Parteien sich doch auf einige wenige Sektoren und Themen sehr stark fokussieren das sind genau die Sektoren die ich vorhin gesagt habe das sind die Sektoren IT das sind auch teilweise Unternehmen aus dem Bereich Healthcare die halt dann doch sich auch sehr gut entwickelt haben und in den Bereichen merken wir auch weiterhin extrem attraktive Finanzierung in anderen Bereichen die halt dann doch vielleicht etwas schwieriger wahrgenommen werden und wo es dann dementsprechend doch auf der Finanzierungsseite nicht ganz so einfach ist merken wir auf der anderen Seite aber auch dass die Anzahl der Finanzierungsparteien speziell der Debtfonds die interessiert sind doch überschaubar ist und dass dementsprechend auch in solchen Sektoren vielleicht auch Konsortialfinanzierung über Banken stärker zum Tragen kommen weil die Konditionen attraktiv sind weil dementsprechend auch die Firepower über ein Bankkonsortium da ist weil einfach die Bereitschaft da ist von Bankenthemen mit zu begleiten also so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal hat sich etwas aufgeweicht und die Banken haben einfach nachgezogen und sich immer stärker professionalisiert ich lasse dich nicht raus bevor wir noch einen Blick in die Glaskugel gemeinsam geworfen haben und ins nächste Jahr hinein geschaut haben was ist deine Erwartung für 2024 vielleicht sowohl auf der Zinskurve als auch dann eben bei den Finanzierungsmarkten Also ich glaube die Entwicklung die wir jetzt aktuell sehen ich glaube das war so ähnlich wie es jetzt aktuell gekommen ist ja schon so ein bisschen auch in Aussicht ich glaube zu Jahresbeginn hat ja jeder gesagt naja die Zinsen die werden weiter steigen und wahrscheinlich werden wir so Jahresmitte Q3 irgendwo hoch erreichen also 4% plus minus ob wir jetzt das hoch schon gesehen haben oder ob es da vielleicht nochmal einen leichten Anstieg gibt ich glaube das remains to be seen aber wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt wo wir uns aktuell bewegen dann ist es schon so dass einige von den Themen die einfach als schwierig eingeschätzt werden wie zum Beispiel die hohe Inflation glücklicherweise zumindest in den letzten Wochen und Monaten auf dem Rückzug war zumindest teilweise das merken wir auch auf der Zinsseite wo es eine gewisse Stabilisierung gab plus halt auch die Aktivität die im Markt ist die zeigt die Liquidität ist einfach da und die Themen kommen mittlerweile auch wieder von daher würde ich mal ausgehen jetzt von dem zweiten Halbjahr 2023 was jetzt bislang okay läuft und was dementsprechend auch eine höhere Aktivität zeigt als das erste Halbjahr dass sich so dieser Trend auch fürs nächste Jahr fortsetzen wird das Ganze ist logischerweise mit Rahmenparameter und auch mit Blick aufs Umfeld irgendwo fragil und man kann jetzt gegeben was wir die letzten zwei Jahre erlebt haben jetzt auch nicht ohne Zweifel sagen dass es so weiter geht aber so die Trends und auch das Interesse und auch die Transaktionen die wir sehen auch die Multiple die wir sehen auf der EV-Seite das geht eigentlich alles so in eine Richtung wo man schon sagen kann man kann gut arbeiten man hat ein vernünftiges Umfeld man hat gute Transaktionen man hat auch eine gewisse Grundcompetition und ich glaube darum geht es ja für uns auch immer dass man jetzt nicht bei Transaktionen irgendwie auf ein zwei Parteien angewiesen ist sondern immer irgendwo auch dem Kunden Optionen und Handlungsmöglichkeiten bieten kann und das haben wir in den letzten Monaten glaube ich ganz gut hingekriegt und dementsprechend gehe ich schon aus dass 2024 auch in diese Richtung so weiter geht also weiterhin vorsichtig optimistisch das beruhigt mich abschließende Frage welchen Rat würdest du M&A Beratern aber auch Käufern mitgeben wenn es um das Thema Finanzierung geht und auch um die Wahl der richtigen Finanzierungspartner oder der richtigen Finanzierungsstruktur in den Fällen wo man eben keinen Dead Advisor mit im Boot hat also ich glaube Punkt 1 ganz wichtig ist natürlich immer ein Dead Advisor einzubeziehen und am wichtigsten wäre es natürlich uns einzubeziehen aber aber Spaß beiseite also ich glaube im Endeffekt was glaube ich wirklich wichtig ist ist die frühzeitige Kommunikation Abstimmung mit Finanzierungsparteien und vor allem auch wirklich das richtige Erklären von Transaktionen und die richtige Ansprache der richtigen Parteien das klingt so total absurd und klingt auch so total selbstverständlich dass man logischerweise immer versucht das richtig zu erklären nur im täglichen Doing sehen wir sehr sehr häufig dass zum Beispiel Transaktionen in eine falsche Richtung gehen weil einfach Marktteilnehmer Themen nicht ganz richtig verstanden haben weil die Kommunikation nicht ganz richtig ist und weil vielleicht auch sich irgendwo dann so eine Gemengelage und so ein gewisser Rumor im Markt entwickelt der für einen Deal einfach nicht hilfreich ist und das ist für uns immer ganz ganz wichtig dass wir sei es bei einer Refinanzierung einfach mit dem Management mit dem Investor einfach sehr 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 detailliert einfach die Thematik besprechen eine gute Unterlage erstellen und da ist auch das Thema Vorbereitung von der Transaktion wahnsinnig wichtig und dann gehört auch dazu dass man einfach wenn man zum Beispiel in Richtung der der Ansprache Finanzierungsparteien übergeht dass man einfach wirklich in dem Kreise mit den wirklich involvierten Parteien genau abklärt mit welcher Message geht man an den Markt und was sind so die Themen die ein Investor die das Management selbst über sein Unternehmen sagen würde und wie man es am besten vorstellt und ich glaube das ist wirklich das A und O ich glaube man kann Finanzierungsparteien für ein Thema begeistern durch eine richtige Ansprache wo man wirklich auch die wichtigen Themen anspricht und da kann man auch sehr frühzeitig kritische Punkte ausräumen man kann aber auch durch eine falsche Ansprache und zu wenig Kommunikation und einfach nur vielleicht Postwurfsendungen und Sonstiges kann man auch wirklich einen Deal ziemlich verhauen oder ziemlich schaden und von daher ich glaube das Thema Kommunikation und deswegen machen wir auch den Podcast ich glaube das steht über allem und dass man halt wirklich frühzeitig einfach in die Gespräche einsteigt und die richtigen Leute für das richtige Thema anspricht Das hast du sehr schön formuliert Thorsten und das will ich auch als Schlusswort nehmen Vielen Dank für deine Zeit und für diesen Deep Dive zum Thema Akquisitionsfinanzierung und LBOs super Rückblick über den Finanzierungsmarkt sogar über die letzten 20 Jahre 30 Jahre will ich jetzt nicht sagen aber letzten 20 Jahre und auch der Ausblick ins nächste Jahr stimmt mich zuversichtlich und positiv und ja vielleicht sollte man das regelmäßig machen dass wir uns gegenseitig ein Update geben oder besser gesagt du uns ein Update gibst ich kann von dir lernen nur lernen ich kann ja nichts dazu beitragen Vielen Dank auch an alle Zuhörer heute noch ein Hinweis in eigener Sache wir haben etwas Neues für euch im Angebot und zwar das DealCircle Directory wenn ihr also auf der Suche seid nach den perfekten Partnern Tool Providern oder auch Beratern für eure M&A Prozesse schaut auch mal bei DealCircle Directory vorbei den Link dafür seht ihr in den Shownotes vom Podcast nächste Woche am 8. Dezember geht es dann endlich wieder mit einer Live Session von Close to Deal weiter und dann spreche ich mit Nils Körber von Kern über den Aufbau von Franchise Systemen im Markt der M&A Beratung bis dahin euch vielen Dank und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.